Hi. Heute kommt endlich mal das Finale zum lang ersehnten Minecraft Chunk. Ja. Sieht man hier ja schon alles. Das Endportal ist fertig. Ich habe gerade keine Pfeile dabei, deswegen muss ich gerade mal welche suchen. Da. Ähm. Ich habe keinen rausgeholt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder hingekriegt habe. Hi. Kaputt. Kaputt. Äh. Jetzt ist es kaputt. Und das Rezeptbuch hilft du. Stelle Holzbretter her. Ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert hat, Minecraft. Pass auf, dass du den Ender Dragon nicht wegkickst mit dem Knockback 100. Ach, kann das passieren? Ich dachte, der wird nicht von Knockback angehittet. Es wäre ja mal mega bescheuert, wenn ich den so anhitte. Er kommt so runter in die Mitte, ich schlage ihn auf einmal. Weg. Tschüss. Projekt beendet. Fertig. So, ich möchte nur Schnelligkeit 1 haben, weil das reicht ja auch vollkommen aus. Eigentlich kann ich jetzt gerade großartig nichts mehr machen, oder? Ich möchte mir gerade erstmal nochmal ein paar Blöcke abbauen. Ich habe ja halt gefühlt überhaupt keine und im Ender braucht man ja sehr viel, um sich halt irgendwo hochzubauen. Zu den Türmen halt. Aber ich denke mal, dass Stärke 10 wirklich sehr gut sein wird, weil es ist ja gefühlt... Also das ist ja einfach doppelt so gut wie Stärke 5, oder? Ist der Minecraft-Sound verzögert? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Warte mal. Ich mache mal die Sounds laut und höre dir das an. Also für mich hört sich alles normal an. Öffne ich gerade mal den Clip hier. Funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, es geht. Dankeschön. Perfekt. Jetzt sind wir endlich da an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt die ganze Zeit hingearbeitet habe. Und zwar das End. Ja. So, ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Habe meine Stärketränke, habe die Titan-Rüstung, habe das Titans-Schwert, habe den Bone-Bow, den stärksten Bogen hier in dem Spiel. Habe hier einfach gefühlt alles, was ich brauche. Deswegen gehe ich einfach ins End. Angst, 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 Angst. Sofort in der Perle. Hilfe, 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 Hilfe. Gut, bin da. Hi. Geht's euch so? Treffe ich das? Kann ich das so von hier unten treffen? Ah, es geht. Cool. Treffe ich das? Nein. Treffe ich das so? Nein. Treffe ich das so? Nein. Treffe ich das so? Ah, jetzt habe ich es getroffen. Cool. Ich möchte mal gerade gucken, wie viel Schaden ich am Ender-Drachen mache mit einem Schuss. Oh nein. Habt ihr noch voll getroffen, oder nicht? Okay, ich mache ja gar keinen Schaden. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, ist mein Elm gut. Boah, mein Elm ist ja wirklich richtig gut. Muss man schon sagen, oder? Kann ich das von hier unten treffen? Ja, kann ich. Cool. Oh nein. Das ist der Ender-Drache. Hat mich wieder getargetet. Hi, wie geht's dir so? Warum kam da jetzt einfach so ein Pfeif außen nichts geschossen? Oh nein. Da oben holt der auch noch Energie. Oh, das Teil habe ich. Oh nein. Ich glaube, ich baue mich dafür schon mal ein bisschen nach oben. Was ist denn mit dem los? Ah, ich frage mich, was ist mit dem Drachen los? Ach, jetzt habe ich es getroffen. Cool. Warum ist der denn jetzt so... Hä, was ist mit dem los? Was ist mit dem Drachen passiert? Erstmal ist der in der Mitte so richtig komisch am rumdancen. Jetzt ist der auf einmal 2 Millikmh schnell. Wie konnte ich den da hitten? Warum ist denn der Drache so ultra langsam, wenn der hier runterkommt? Aber warum kann ich den denn hier nicht hitten? Ah, hier unten. Jo, wie viel Schaden macht das denn, wenn ich einfach nur Stärke drin habe? Ja, Schäfe 25 sagt schon viel aus. Jo, wie ist denn der Pfeil gerade geflogen? Der ist ja mal 30 Kilometer hoch geflogen. Elf Meter schießen hier, oder was? So, noch ein Hit. Hallo. Ja, ich habe es geschafft. Uhu. Yay. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einfach mal ein Projekt vollendet. Das gab es noch nie auf meinem Kanal. Na, ich muss es nur noch fertig schneiden. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Und da geht er gerade kaputt. Haha. Und da gab es erstmal ein ekelhaftes Lichtzeug. Und jetzt habe ich 3 Milliarden Level. Ich war ja so schlau. Jo, mein Handy geht wieder richtig ab. Ja, ich bin der beste Spieler. Ich habe den Enderdrachen besiegt. Das hat noch nie einer in seinem Leben geschafft. Jo. Die nächste Generation. Aber ich habe echt gedacht, dass der Enderdrachenkampf sogar noch ein bisschen leichter wird. Weil ich dachte, dass ich noch mehr Schaden mit dem ganzen Schrott hier machen werde. Dann mache ich gerade einfach mal kurz eine Doppelkiste, da wo ich dann meinen ganzen Schrott einlager. So, hier kommt jetzt einfach mal so ganz gelangweilt mein komplettes Inventar rein. So, hier kommt jetzt einfach mal so ganz gelangweilt mein komplettes Inventar rein. Also, ich productos hier in va So, die haben wir auch schon immer Jaime angeht. Also, travelig know. Und dann vor muy genauerich. Aber dann habe ich alles auf dem Grund gemacht.